Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Dogpod YouTube-Kanal. Ich dachte mir, wir fangen unser Video heute mal ein bisschen anders an. Und zwar hier da, wo wir tatsächlich Medizin machen. Und wir haben uns in den letzten Tagen und Monaten so viel über das Thema PCR unterhalten. Unser PCR-Video, wir haben es hier nochmal verlinkt, hat so viele Kommentare bekommen und so viele Diskussionen, wie, dass die PCR gar kein diagnostischer Test wäre, dafür gar nicht zugelassen wäre und so weiter und so fort. Und dem möchten wir heute einfach mal entgegentreten. Dafür haben wir uns nochmal ausführlich mit der PCR beschäftigt. Wir werden uns die Funktionsweise nochmal anschauen. Und wir werden uns anschauen, wie so ein PCR-Gerät aussieht und warum es sehr wohl für die diagnostische Testung schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken ist. Aber jetzt geht es erstmal zurück ins Studio. Und da sind wir. Keines unserer Videos, und wir machen das Ganze jetzt schon seit über zwei Jahren, ist so häufig geklickt worden und so häufig kommentiert worden und so häufig geliked worden und so häufig gedisliked worden wie das Video zum Thema PCR. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, warum? Also im Studium war das eher was langweiliges. Und wenn man jetzt nicht Laborarzt, Molekularbiologe oder Biochemiker ist, dann ist doch die PCR-Untersuchung einfach eine von vielen Laboruntersuchungen mit einer bestimmten Sensitivität und einer bestimmten Spezifität. Bedeutet, wie viele negative Ergebnisse werden als negativ erkannt und wie viele positive Ergebnisse werden als positiv erkannt. Spezifität, Sensivität. Warum emotionalisiert dieses Thema so? Wir gehen mal in die Geschichte und ich versuche es mal halbwegs neutral aufzuarbeiten. Ich möchte einfach die PCR nochmal erläutern und vielleicht auf ein paar Punkte eingehen, die in den Kommentaren immer wieder genannt wurden. In den 1970er Jahren begann also die Geschichte der PCR. Damals entstand die Idee, man könnte doch im Labor genetische Informationen vervielfältigen, indem man ein Enzym, nämlich die DNA-Polymerase, was in Zellen vorkommt, um genau das zu tun, nämlich die genetische Information in der Zelle vervielfältigen, nutzen, um auch im Labor diesen Effekt zu erzielen. Erst 1983 gelang es dann aber dem Naturwissenschaftler Cary Mullis, das Verfahren als Laborverfahren zu etablieren und dafür bekam er 1993, also zehn Jahre später, den Nobelpreis. Was ist das Prinzip? Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. DNA ist Erbinformation. Und diese Erbinformation wird bei jeder Zellteilung verdoppelt, weil wir brauchen die Erbinformation ja in der Zelle und in der Zelle. Für die Verdopplung dieser Erbinformation benötigt die Zelle oder der Körper ein Enzym. Das ist die DNA-Polymerase. Dieses Enzym geht Schritt für Schritt an der DNA lang und ist in der Lage, die genau zu kopieren. Das ist eigentlich total der Hammer. Das ist ein unglaublich schwieriger chemischer Prozess, der im Grunde Leben, wie es ist, definiert. Und jetzt hat Cary Mullis damals als Erster sich überlegt, wie das im Labor funktionieren könnte. Nämlich indem man das Enzym isoliert und dann DNA, die in irgendeiner Lösung drin ist, auch wieder kopieren lässt. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich brauche also ein vorher definiertes DNA-Fragment. Das darf bei der PCR nicht so unendlich groß sein. Das heißt, es gehen immer nur kleine Genfragmente, klein im Gegensatz zu einem riesigen Chromosom. Und dieses Fragment möchte ich dann vervielfältigen. Dazu brauche ich sogenannte Primer. Ich muss also der DNA-Polymerase sagen, wo das Fragment anfängt und wo es aufhört. Und dann kommt eigentlich nur diese DNA-Polymerase dazu. Natürlich braucht das Ganze laborchemisch einen ziemlich langen Weg. Man muss also diese Lösung erhitzen und wieder abkühlen lassen, erhitzen und wieder abkühlen lassen. Das nennt man Zyklen. Warum muss man das erhitzen? Weil nur bei einer bestimmten Temperatur, nämlich 96 Grad Celsius, dieser DNA-Doppelhelixstrang aus dem DNA besteht, voneinander getrennt werden kann. Und nur dann kann wiederum die DNA-Polymerase Kopien anfertigen. Das ist alles furchtbar kompliziert. Und jetzt wird es noch komplizierter, denn wir sprechen ja im Falle von Corona von der RT-PCR. Und RT bedeutet reverse Transkriptase-Polymerase. Weil nämlich das Coronavirus ein RNA-Virus ist, muss erst die RNA mit Hilfe von RT, reverse Transkriptase, in DNA umgeschrieben werden. Und diese DNA kann dann mit Hilfe der PCR-detektiert also gefunden werden. Es ist also deutlich komplizierter, als man sich das so vorstellt. Unterm Strich bedeutet das, wir suchen nach Genen des Virus. Dazu müssen wir das Genom des Virus natürlich kennen. Und jetzt kommen wir mal zu so ein paar Punkten, die immer wieder in den Kommentaren angesprochen wurden. Ein Punkt ist, das Virus wurde ja noch nie gesehen. Es wurde noch nie klassifiziert. Wie können wir denn nach einem Genom suchen, was wir mit Hilfe der Methode, die nach dem Genom sucht, nachweisen? Also es ist unlogisch. Das stimmt natürlich nicht. Das Virus wurde ja sehr wohl unter dem Raster-Elektronen-Mikroskop und mit Hilfe anderer laborchemischer Methoden klassifiziert und sichtbar gemacht. Das heißt, wir erkennen das Genom. Und klar, das Genom muss, wenn man die PCR macht, natürlich bekannt sein. Völlig klar. Anderes Argument ist immer wieder, ja, die PCR ist kein validierter Labortest. Dem möchte ich mal was entgegensetzen. Was glaubt ihr denn, liebe Zuschauer, wie bei uns in Deutschland Vaterschaftstests gemacht werden? Oder Massentestungen, wenn es um das Überführen eines Verbrechers geht, eines Mörders, eines Vergewaltigers? PCR-Testungen sind vor Gericht valide. Mit PCR-Testungen wird die AIDS-Therapie in Deutschland gesteuert. Mit PCR-Testungen diagnostiziert man zum Beispiel Hepatitis. PCRs sind etablierte Labormethoden und werden seit 1983 regelhaft angewandt. Unterm Strich kann man also sagen, es gibt sicherlich vieles zu kritisieren, was Corona angeht und was vielleicht die Testpolitik angeht und Antigen-Schnelltests und so weiter und so fort. Die PCR ist aber eine etablierte Labormethode, die fast zu 100% sicher ist und wo alle Argumente, die dagegen stehen, einfach wirklich vom Tisch gewischt werden können, weil sie haben einfach überhaupt keinen medizinischen Gegenwert. Das sind erfundene Dinge, um die Bevölkerung bzw. diejenigen, die sich jetzt nicht mit dieser furchtbar komplizierten Methode auskennen, zu verunsichern. Und das ist nicht gut und das ist auch zu verurteilen. Und was den Drosten angeht, natürlich hat der Drosten diese PCR nicht erfunden, sondern er hat lediglich die Primer zur Verfügung gestellt. Das konnte er, weil er auf dem Gebiet der Coronaviren seit, glaube ich, 20 Jahren forscht. Bis dahin, bis nächste Woche. Bleibt gesund, geht 18 mit euch um, abonniert unseren Kanal und schaut doch mal bei Instagram rein. Da bringen wir jede Woche bestimmte Statements und Storys und alles zum Thema YouTube und zum Thema Podcast. Auch diese Woche haben wir im Podcast über die Frage geredet, gibt es eigentlich Impfschäden? Und die Antwort ist relativ interessant. Die lautet nämlich fast gar keine. Die in Schweden immer wieder berichteten Impfschäden von Narkolepsie bei Schweinegrippe erkranken, die gibt es nämlich so gar nicht bzw. sind auf die Impfung gar nicht direkt zurückzuführen. Bleibt dran, bleibt neugierig.